Bevor Sie in der Datei nun die Texte anlegen, sollten Sie sich noch einmal die Layout-Skizze ansehen. Das ist ganz interessant, um die Texte zu planen, denn Sie möchten in dem InDesign-Dokument nicht zu viele, aber auch nicht zu wenige Textobjekte haben, die Sie hin- und herschieben können. Wir haben hier einen Block, der zentriert ausgerichtet werden soll und hier unten diese beiden Bereiche, die Sie vielleicht noch unabhängig voneinander hin- und herschieben möchten, um deren Breite anzupassen und das genauer auszurichten. Es ist also sinnvoll, hier drei Textrahmen anzulegen. Einmal für diesen gesamten Teil und dann für diesen und für diesen. Sehen wir uns das nun im Dokument an. Als erstes ist es am besten, damit Sie nicht immer dieses Hintergrundbild unabsichtlich aktivieren und verschieben, dass Sie es sperren. Dazu aktivieren Sie es einmal und gehen dann auf Objekt, Sperren. Und nun geht es an die Textobjekte. Bevor ich die Textobjekte anlege, gehe ich hier einmal in Zeichen und stelle die Schriftgröße auf 9 Punkt. Das ist jetzt meine Voreinstellung für alle neuen Textobjekte. Ich kann hier auch schon eine Schriftart einstellen. Ich möchte die meisten Texte auf der Visitenkarte gerne in der Myriad Bold haben. Dazu wähle ich die Myriad aus, im Menü, unter Myriad Bold. Die ist hier schon in den benutzten Schriften. Wenn sie noch nicht benutzt worden ist, dann muss ich hier unten reingehen und sie aus dem Menü wählen. Oder andere Möglichkeit. Ich kann hier auch einfach den Namen eingeben und dann scrollt InDesign dahin. Und dann gehe ich hier rein und wähle Bold aus. Das ist jetzt also, weil keine Objekte ausgewählt sind, die Voreinstellung für neue Objekte. Ich habe jetzt die Texte schon vorbereitet. Und deswegen kann ich hier in ein Textdokument gehen und sie mir kopieren. Und gehe jetzt ins InDesign-Dokument, wähle das Textwerkzeug aus und ziehe den ersten Rahmen auf. Und kann hier jetzt den Text aus der Zwischenablage einfügen. Das jetzt auch für den nächsten Block. Wieder einen Rahmen aufziehen, einfügen. Und für den dritten Block wieder einen Rahmen aufziehen und den Text einfügen. So ist es nun schon möglich, ein bisschen zu schieben, um das Ganze in dem Dokument anzuordnen. Sie sehen, dass hier so Hilfslinien auftauchen, wenn ich die Texte verschiebe. Zum Beispiel diese senkrechte, pinke Hilfslinie. Das sind intelligente Hilfslinien und die sind ganz nützlich zum Layouten. Sie rufen sie auf unter Ansicht, Raster und Hilfslinien, intelligente Hilfslinien. So können Sie zum Beispiel diese beiden Textlöcke hier unten auf die gleiche obere Höhe bringen. Und jetzt beide aktivieren mit gedrückter Umschalttaste und wieder nach unten schieben. Als nächstes können wir jetzt auch noch im Textsatz ein bisschen etwas ändern. Diese Telefonnummern, die sind noch nicht besonders gut gegliedert. Diese Gliederungen, die sind in der deutschen Sprache genormt. Und dazu setzen Sie hier den Textcursor hinein und gehen auf Schrift, Leerraum einfügen, Achtelgefiert. Und wenn Sie einen so ein Achtelgefiert haben, dann können Sie es auch aktivieren, kopieren und dann jeweils einfügen. Und genauso auf der anderen Seite. Den Cursor können Sie auch mit den Pfeiltasten bewegen. Das ist vielleicht einfacher, als immer zielen zu müssen. Wenn Sie nun Ihre Texte formatieren, dann haben Sie dazu verschiedene Möglichkeiten. Sie können den Textrahmen auswählen und wenn Sie jetzt eine Formatierung anwenden, zum Beispiel das Bolt auf Semibolt stellen, also Halbfett, dann wird es auf den gesamten Text in dem Rahmen angewandt. Sie können aber auch einen einzelnen Text auswählen mit dem Textwerkzeug, beziehungsweise wenn ein Textrahmen nicht ausgewählt ist, dann können Sie auch einfach mit einem Doppelklick hineingehen und können dann den Text auswählen. Wenn Sie also eine Zeile ausgewählt haben, entweder so oder Sie können auch einen Doppelklick machen, beziehungsweise einen Dreifachklick, dann wenden Sie hier die Formatierung an. Und dieser Text soll nicht in der Myriad, sondern in der Minion formatiert werden. Und auch die ist hier ausgewählt. Ich nehme mal die Bolt Italic. Um die Texte größer zu gestalten, gehen Sie hier in die Schriftgröße und verändern sie. Sie können nun mit diesen Schriftformatierungen experimentieren, indem Sie entweder den gesamten Rahmen formatieren. Und auch hier werde ich noch mal auf Semibolt gehen. Und jetzt muss aber auch noch der gesamte Text ausgerichtet werden. Dazu brauchen Sie eine andere Palette. Ich wähle hier erstmal diesen Rahmen aus und gehe auf Fenster, Schrift und Tabellen, Absatz. Und darin finden Sie die Ausrichtung auf Mitte. Und genauso für diesen Text, der soll rechtsbündig ausgerichtet sein, so bildet sich hier eine schöne Spalte auf der Visitenkarte. Und Sie können nun so weiter vorgehen, um Ihre Texte zu formatieren. Und auch hier wieder mit einem Dreifachklick die gesamte Zeile. Und ich werde auch hier wieder die Minion auswählen. Und zwar in Italic. Nochmal die Schriftart. Und einmal in Italic. Wenn Sie noch weitere Hinweise zu diesen Formatierungen wünschen, dann können Sie im Buch Keine Angst vor Indie sein auf Seite 32 diese Anleitungen finden.